Das Gotthardmassiv. Es war einst das grösste Hindernis zwischen Nord- und Südeuropa. Der Bergstand Personen und Gütern im Weg musste mühsam bezwungen werden. Heute geht es ganz einfach durch das Mauseloch mitten in den Berg. Als würde das Tal ins Gestein hinein verlängert. Kilometer Null. Das ist er also, der neue Gotthard Basistunnel. Kilometerweise Beton, Kabel, Gleise, ab und zu ein Lüftungsschacht. Bei unserer Durchfahrt ist für eine bessere Sicht die Notbeleuchtung eingeschaltet. So wird die Schweizer Massarbeit im Gotthard deutlich. Und trotzdem, das alles wirkt irgendwie ziemlich unspektakulär. Ein Tunnel eben und doch nicht irgendein Tunnel. Der Gotthard Basistunnel ist jetzt der längste Eisenbahntunnel der Welt. Er verbindet Rotterdam und Genua, Zürich und Mailand. Europa rückt mit der neuen Verkehrsader näher zusammen. Und dieses Zusammenwachsen Europas ist teuer. Jeder Meter Tunnel kostet mehr als 200.000 Schweizer Franken. Nächster Halt, Sidrun. Hier liegt eine der vier Nothaltestellen unter Tage. Rennt es im Tunnel oder kommt es zu einem anderen Notfall, können sich die Passagiere hier auf Notperrons retten. Dann öffnen sich auch die grünen Fluchttüren und geben den Weg frei in die sichere Fluchtröhre nebenan. Wir nehmen gleich mal einen solchen Fluchtweg. Dann kommen wir in einen haushohen, dunklen Lüftungsschacht. Und dann zur einzigen offenen Stelle des Bergs. Keine Betonverschalung, kein Pflaster liegt hier auf der offenen Wunde des Gotthards. In einem kleinen See sammelt sich das tropfende Wasser aus dem Berg. Über eine Treppe geht's nach unten ans Ufer. Da schwimmt ein Bauarbeiterhelm im See, wohl unachtsam zurückgelassen. Darüber öffnet sich ein dunkles Loch zum Berg und lässt die Gesteinsmassen erahnen, die auf dem Gotthard-Basistunnel lasten. Für immer im Berg versenkt bleiben gut 15 Millionen Schweizer Franken. Sie wurden schon in die Wartehallen der Porta Alpina investiert. 800 Meter unter Sidrun im Kanton Graubünden sollte nämlich mitten im Gotthard-Basistunnel der tiefste Bahnhof der Welt entstehen, als Verbindung zum alpinen Tourismusort. Heute erinnern nur noch zwei dunkle Aushöhlungen im Berg an den geplatzten Traum. Versperrt mit schwarzen Eisengittern und Warnhinweisen. Betreten verboten. Auch hinter Gittern, in einer Nische, steht eine Statue der Heiligen Barbara. Sie ist die Schutzpatronin der Bergleute und Mineure. Unabhängig von ihrer Nationalität oder Konfession würdigen die Mineure ihre Schutzheilige mit einem kurzen Blick, einem kleinen Dankeschön, einem Stossgebet. Einmal im Jahr, immer am 4. Dezember, findet die Santa Barbara Feier statt. Dann wird der Opfer am Berg gedacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nach 800 Metern durch den Versorgungsschacht sind wir in Zitrun angekommen und fliegen jetzt Richtung Faido. Das schneebedeckte Gotthard-Massiv – was für ein Panorama! 2300 Meter unter diesen Felsen verläuft der Gotthard-Basistunnel tiefer als jeder andere Tunnel der Welt. Wir haben überhaupt nichts mit von der Naturgewalt dieser Berge. Wir passieren jetzt die Kantonsgrenze zwischen Graubünden und dem Tessin. Bis im Jahr 1803 hat die Schweiz hier aufgehört. Jetzt sind wir offiziell im Süden. Wir tauchen wieder ab, lassen uns ins Dunkel fallen. Nächster und letzter Halt – Faido. Bitte folgen Sie der Fluchtwegbeschilderung bis zur Wartezone. Von der Wartezone aus werden Sie dann weiterfahren. Sie befinden sich in einem sicheren Bereich. Bitte helfen Sie sich gegenseitig und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Hoffentlich muss diese Ansage nie eingespielt werden, ausser zum Test. Zu hören ist sie über das Soundsystem des Tunnels. Und dass dieses System funktioniert, haben die Ingenieure immer und immer wieder getestet. Statt der Durchsage ließen sie dabei Musik laufen, zur Abwechslung und wohl auch um die Nerven zu schonen. Sie wählten aber nicht irgendeine Musik, sondern den letzten Satz der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven – die Europahymne. Die Berge mit ihrem ewigen Schnee liegen hinter uns. Der Gotthard – einst das grösste Hindernis Europas – ist heute einfach ein Tunnel. Statt der Durchsage